Dann hat die Oberbürgermeisterin Henry Tereka allen Moscheegemeinden erlaubt, den Murzin-Ruf erscheinen zu lassen. Und wir sind heute hier von der Bürgerregung Pax Europa, um sie aufzuklären, was der Murzin-Ruf für eine totalitäre Botschaft verbreitet. Er verbreitet, dass Allah der einzige Gott ist. Es gibt keine anderen Götter außer Allah. So, und das wird durch den Murzin-Ruf verkündet. Das ist eine intolerante Botschaft und sie spricht allen anderen Religionen das Existenzrecht ab. Kein Gott wird vom politischen Islam akzeptiert. Nur der eigene Gott Allah. Und Mohammed ist sein Prophet. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und dieser Ruf muss wieder verboten werden, weil die Henry Tereka, die hat geglaubt, das ist ein Zeichen der Vielfalt und Toleranz. Sie versteht nicht, was sie da gemacht hat damit. Sie hat im Zeichen der Vielfalt und Toleranz, hat sie der Intoleranz den roten Teppich ausgerollt. Der politische Islam ist eine intolerante, gewaltlegitimierende und tötungsfordernde Ideologie. Der politische Islam ist homosexuellenfeindlich, er ist frauenunterdrückend und er predigt die Herrschaft, die alleinige Herrschaft und zwar die weltliche Herrschaft. Das ist ein riesengroßes Problem. Und darüber müssen wir reden, Leute. Darüber müssen wir reden. Und wir sind froh, dass wir heute hier viele Menschen auf dem Bahnhofsvorplatz erreichen. 90 Prozent Leuten, die Sie hergerufen haben. Und Sie können jederzeit zu uns kommen, wenn Sie eine Frage haben, können Sie zu uns kommen. Und wir werden mit Ihnen das alles besprechen. Wir können Ihnen sagen, die gefährlichen Bestandteile des politischen Islams. Sie können mich überhaupt nicht irritieren mit Ihrem Gepläger. Merken Sie das? Sie können so viel plänen, wie Sie wollen. Ich lasse mich doch durch Sie nicht abringen. Sie können so viel plänen, wie Sie wollen. Wir bringen unsere Botschaft weiter. Warum Daumen nach unten? Warum Daumen nach unten? Was ist falsch? Was ist falsch? Nein, nein. Doch, wollen Sie, das machen Sie immer. Aber warum Daumen nach unten? Weil Sie Daumen nach unten sind. Schauen Sie mal, das Erste ist, dass sich keiner durch die Kritik angegriffen fühlt. Wir erleben es immer wieder. Wenn wir den politischen Islam kritisieren, fühlen sich ganz viele Moslems dadurch angegriffen, weil sie die Kritik nicht hören wollen. Aber wir müssen gegenüber jeder Ideologie kritisch sein. Auch dem Christentum? Ja, und das, was vor 1400 Jahren entstanden ist, auf dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens, das war vor 1400 Jahren vielleicht okay. Aber auch heutzutage, nein, ich bin Agnostiker. Ah, war ja klar. Wieso, ist das schlimm? Nö, das versteht nicht alles, was Sie gerade reden. Weil ich kritisch gegenüber jeder Religion bin. Ich bin kritisch gegenüber jeder Religion. Und es gibt in allen Religionen was Positives. Was hat er denn gesagt? Ja, der Islam schafft einen Zustand permanenter Feindschaft zwischen Moslems und Ungläubigen. Hat das Karl Marx gesagt? Ja, Karl Marx. Was noch? Religion ist opium für's Volk. Ja! Was sind Sie? Das reicht auch. Das sehen Sie gar nicht. Ich habe Sie noch offen. Sie haben mich gefragt, ich frage Sie. Sie brauchen nicht antworten, oder? Ich stelle so viele Fragen, wie ich will. Gefällt Ihnen der Spruch von Karl Marx? Das Religion ist opium für's Volk. Aber Gott ist queer. Es ist momentan schlecht die Literatur. Was hat denn mit queeren Leuten damit zu tun? Was hat denn queeren Leuten damit zu tun? Nee. Achso, nee, dann nicht. In vielen islamischen Ländern ist mein Feststeller. In Deutschland war der armer Bestseller übrigens. Falls Sie das nicht wissen. Das ist lange her. Ist mir egal. Jetzt war man Bestseller. Aber jetzt ist es in der Türkei Bestseller. Jetzt ist es in der Türkei Bestseller. Boah, wirklich? Ja, ja, ja. Krass. Aber woran liegt das denn? Welche Datenprodukte denn da? Weil er feindlich geht über Juden. Können Sie die Statistenball aufzeichnen? Ja, bei der Kundgebung in Marl im letzten Jahr. Wo haben Sie denn die Informationen her, nach dem Bestseller ist der Herr? Da hat ein türkischstämmiger Moslem gesagt. Der einzige Fehler von Adolf Hitler war, dass er nicht alle Juden vergast hat. Das haben Leute bei Pegida aber denken das auch. Ihnen ist halt seine Meinung, ne? Die Leute bei Pegida denken das allerdings auch, ne? Bei Pegida haben sie nicht nur Verkundgängung gemacht, oder? Und Hitler war gut. Okay. Schlecht. Finde ich nicht gut. Was halten Sie denn von Reichslagen bei Pegida? Da wurden die Vertrauen daher. Herr Stürzenberger. Aber, jetzt frage ich Sie mal was, okay? Mein Kampf, ne? Welcher Verlag hat das Buch rausgebracht? Wissen Sie das? Jetzt, meinen Sie? Das wurde in Deutschland rausgebracht. Dann wurde es noch verboten. Wisst ihr was? Nachdem die Frist... Kennen Sie das Shell? Das verkauft immer noch unkommentierte Versionen von Mein Kampf und das sind Deutsche. Weil in Deutschland werden keine Bücher verboten. Doch werden die. In Deutschland ist die Überzeugung, dass das Buch schlecht ist. Dass man, dass man es besser rausbringen sollte. Aber in Amerika auch. Die Handeln nach christlich fundamentalistischen Werten. In Amerika werden bis heute Küche verboten. Sorry. Alles gut. Das war ja verboten, haben Sie selber gesagt, ne? Und die Frist ist abgelaufen und Sie haben ja am Anfang gesagt, dass es schlecht ist. Die bayerische Regierung hatte die Lizenz dafür. Soll ich die auch mal ausgeben? Ne, ne. Die war nicht verboten. Es war nicht verboten. Die bayerische Regierung hat die Lizenz gehabt und hat es nicht drucken lassen. Das ist ein Unterschied. Es war nicht verboten. Ja, direkt war es verboten. Und als die Frist abgelaufen war, hat man dann ein Buch, eine Ausgabe herausgebracht, die kritisch kommentiert war, damit man das einatmen konnte, was da drin steht. Genau. Damit das Buch seine Gefährlichkeit verliert. Und ich sage Ihnen eins, der Koran müsste auch mit einem kritischen Kommentar jetzt herausgegeben werden, weil da stehen ganz viele gefährliche Sachen drin. Sie bläht dich da auch dann, oder? Ja, von mir aus. Ja, ja, ja. Wenn die Bibel mehr über Tod geschrieben wird, als sie verwandt. Ja, ja. Aber als Beschreibung damaliger Ereignisse. Ja. Da ist ganz viel Blut geflossen im Alten Testament. Aber da steht nicht zeitlos bündig drin, tötet die Ungläubigen, wo immer sie findet. Aber im Koran steht so viel. Und deswegen gibt es bis heute ganz viele radikale islamische Terroristen, die töten im Namen des Islam. War dann der Letzte? War dann der Letzte? Das ist gut möglich, das stimmt auch. Aber der erste Film, den Sie gesehen haben, Beschib gegen Amerikaner, ne? Also die amerikanische Filmindustrie, Hollywood. Der erste Feind war immer der Araber. Bevor es diese ganzen Terroristen gab. Warum? Warum wurde das den Leuten von Anfang an reingebringt? Hallo! Wieso Araber sind Feinde? Sag doch keiner! Aber schauen Sie sich jeden am vietnamischen Film an. Die Pegida sagt doch! Der erste Feind ist immer der Araber gewesen. Also pass auf. Und dann kamen die Vietnamesen, dann gab es den Vietnam-Film. Schauen Sie sich doch die ganzen Rambo-Filme an. Worum geht es denn da? Afghanistan, Vietnam. Da wird alles abgeschlachtet, was als Araber ist. Oder Vietnameses. Wenn Filme über den Vietnam-Krieg gemacht werden, dann hat es nichts damit zu tun, dass man gegen Vietnamesen ist. Dann haben Sie das noch nicht gesehen. Das war damals der Krieg, ja, Kommunismus gegen Amerikaner. Sind Sie Kommunist? Wir müssen leider los. Sind Sie Kommunist? Wir sind eingeweiht worden von dem Herrn Laschet damals. Der DITI-Burschef. Warte! War gut! Kommen Sie aber nach Leipzig! Kannst du auch noch... Aber die DITI-Kommen Sie die DITI-Kommen? Kommen Sie zu uns nach Leipzig! Läden? Schau mal! DITI-Kommen Sie nicht! Ich bin in Kölner, wir sollen nach Leipzig kommen! Islam ist nicht DITI-B! Also du schmeißt jetzt irgendwie ein Wort DITI-B! Aber das ist nicht ein Islam an sich! Wir haben hier in Köln diese riesige Zentralmoschee von der DITI-B. Wir müssen wissen, dass die Moscheen der DITIB aus der Türkei gesteuert werden, von der Diyanet, von der islamischen Religionsbehörde in der Türkei. Die bekommen heute im Bundestag die Predigten zugeschickt aus der Türkei, die werden die Imame hier dann halten. Auf der Diyanet, die also von Erdogan in der Türkei gesteuert wird. Die DITIB ist unserer festen Überzeugung nach in Teilen radikal. Es hat in einigen DITIB-Moscheen, kennen Sie die Geschichte, Kinder wurden in DITIB-Moscheen in Herford zum Beispiel in Soldatenuniformen gesteckt und sind dann in DITIB-Moscheen marschiert für den Dschihad, für den Sieg des Islams, für den Sieg der Türkei. Und dann haben sie auch den Märtyrer-Tod, dann haben sie den Märtyrer-Tod auch noch simuliert und wurden mit der türkischen Fahne dann überdeckt und es wurde dann gesagt, sie haben den edlen Märtyrer-Tod für den Islamismus gestorben. Aber die Kinder sind bei der katholischen Kirche gut aufgehoben. Und in vielen anderen DITIB-Moscheen auch. Hallo! Und? Also die Kinder sind bei der katholischen Kirche gut aufgehoben. Ich kann Ihnen eins sagen. Jedes Kind, was missbraucht wird von einem Pfarrer, bei der katholischen Kirche, erzählt nicht von DITIB, DITIB ist nicht ganzer Islam. Da muss man auch gegen vorgehen. Du, dieser Missbrauch von vielen, vielen katholischen Pfarrern, ja, und auch evangelischen, keine Ahnung, ist zu verurteilen, aber es ist nicht in der christlichen Ideologie, in der christlichen Religion begründet. Das ist der entscheidende Punkt. Das sind Verfehlungen von Pfarrern, die schlimme Dinge begeben, weil sie einfach ihre Sexualität nicht unter Kontrolle haben, weil sie pädophil sind. Und weil sie homosexuell sind. Keine Ahnung, was da alles wegspielt. Aber das muss bestraft werden. Aber das ist nicht in der christlichen Religion begründet. Das ist der entscheidende Punkt. Aber wenn jetzt ein radikaler Moslem in einem islamischen Land eine Minderjährige heiratet, wenn sie ihre Periode hat, dann ist das im Einklang mit der Scharia. Denn sobald ein Mädchen die Periode hat, wird sie in vielen islamischen Ländern verheiratet. Und das war bei Mohammed auch so. Er hat eine Sechsjährige geheiratet und die Ehe vollzogen, als sie neun Jahre alt war. Die Aisha. Und das Problem ist, dass der Prophet Mohammed Vorbild für Moslems ist. Er gilt als der perfekte Mensch und als vollkommene Vorbild. Und deswegen wird in nicht wenigen islamischen Ländern Minderjähriger verheiratet. Im Jemen ist vor ein paar Jahren eine 14-Jährige in der Hochzeit verblutet. Verblutet, weil sie nach den Regeln der Scharia verheiratet wurde. Und da müsste jeder jetzt sich hinstellen und sagen, das muss aufhören. Es muss so sein, dass Mädchen geschützt werden vor Verheiratung. Bevor sie volljährig sind. Ja, jetzt bitte... Was ist das jetzt? Wurde er gerade geschmissen oder was? Das ist mir runtergefallen. Ich habe ein Foto gemacht. Du hast es geworfen. Das habe ich wohl geworfen. Die Polizei ist da vorne. Ja, ja, ist okay. Ich frage nur nach, weil bei uns ist schon genug in der Richtung passiert. Ich werfe nichts. Ich habe schon genug Wasser am Kopf geschmissen bekommen. Ich kann euch sagen, was mir schon alles passiert ist. Eier zum Beispiel. Ja, ja, alles Mögliche. Da freuen Sie sich. Nö, da freue mich nicht. Da haben Sie gerade eben schön gegrinst. Eier zum Beispiel. In Batterien. Und in Herford, da wo diese Gifit-Moschee ist, haben Sie Luftballons mit Wasser gefüllt auf uns geschmissen. Wir wurden bespuckt. Und ein radikaler Moslem, 9. Klasse Schule, Herford, hat gerufen. Habt ihr kein Glück, dass Ramalanis, sonst würden hier Menschen getötet? Hat er gerufen. Radikaler Moslem, 9. Klasse, Herford. Und ich kann auch viel anderes erzählen. Ein radikaler Moslem, Harun Pashtun, afghanischstämmig, hat mir in der Münster Fußgängerzone auf der laufenden Kamera gesagt, er wird mich köpfen und er wird mir von hinten ein Messer in den Kopf reinstecken. Harun Pashtun.